1.000 für den Imperator Der YouTube-Kanal In Kooperation mit Raken War Games Und Games Island Hallo und herzlich willkommen bei 1.000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und damit ist es wieder Zeit für Age of Sigma, allerdings in einem etwas anderen Segment, als ihr es sonst von mir gewohnt seid. Es ist Urlaubszeit, ich brauche ein kleines bisschen Pause und außerdem wollte ich mal austesten, ob und wie gut ich mich in den anderen Bereichen unserer Segmente schlagen kann. Und deswegen heute einen kleinen Ausflug in den Bereich des Why Is It Cools und da dann natürlich in dem Bereich, in dem ich mich nicht nur am besten auskenne, sondern auch alle Figuren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig liebe, nämlich bei den Lumineth Realm Lords. Und heute möchte ich dabei einen Blick auf eine ganz besondere Figur werfen, die nicht nur vom Modell her wunderschön ist, sondern auch deren Geschichte aus meiner Sicht tatsächlich ganz wundervoll ist, etwas Besonderes und ganz spannende Themen aufgreift, die dafür sorgen, warum das Light of Altharion auf jeden Fall cool ist und deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Dazu aber erstmal ganz kurz oder so kurz, wie ich mich immer fassen kann, wer oder was ist das Light of Altharion eigentlich? In der heutigen Welt, in den Reichen der Sterblichen, ist es das Echo eines längst vergangenen Champions der Elf. Er tritt in einer leeren, aber reich verzierten Rüstung auf, die einfach nur von einem schimmernden Leuchten im Inneren zusammengehalten wird, wo man vielleicht ab und an die Gestalt eines Elfen noch erkennen kann, wenn man die Augen zusammenkneift und wirklich genau hinblickt. Aber für die meisten Feinde ist es nichts weiter als eben genau das, eine reich verzierte Rüstung, die unerträglich hell strahlt, die eine gefährliche Waffe führt und ein absolut tödlicher Gegner ist, den man nahezu nicht verletzen kann, da er nichts weiter mehr ist als reine Magie und keine physische Form aufweist. Aber wer war er früher? In der Welt, die war, jene Welt, die unterging, war er bekannt als Altharion der Grimmige. Er war der Stolz seines Volkes zu den damaligen Zeiten. Er war ein großer Anführer und Krieger, jemand, nachdem sich alle ausrichteten, zu dem alle aufsahen und von dem auch alle große Taten erwarteten. Er liebte sein Volk, er liebte die Elf und er wollte vor allem jeglichen Schaden von ihnen ablenken, was ihn dann schlussendlich auch in seinen Untergang geführt hat. Denn er lebte zur Zeit der letzten Tage und als man den Elf mitteilte, des Arkhan the Black, einer seiner mächtigen Mordharchen und jener Nekromant, der fast so mächtig war wie Nagash selbst, dass er sich auf dem Weg befinden sollte, Nagash auferstehen zu lassen, um dann daraus eine der größten Katastrophen für das Elfvolk selbst heraufzubeschwören, ja, entschied er sich auszuziehen, um genau diese Katastrophe zu verhindern, da er bereits ahnte, dass wenn Nagash zurück in die Welt treten würde, dies das Ende für sein Volk bedeuten könnte. Und so reiste er nach Sylvania, der Heimat von Manfred von Karstein, um den Mordharchen aufzuhalten und stellte sich ihm im Zweikampf. Allerdings beendete Arkhan the Black das Leben von Atharion an Ort und Stelle. Er war ein derartig mächtiger Magier, dass er es schaffte, den Leib von Atharion derart zu vernichten, dass dessen Körper zu Staub zerfiel und in alle Winde zerstreut wurde, genau wie seine Seele. Die Elf selbst behielten ihn ab diesem Zeitpunkt immer in Erinnerung. Insbesondere Tyrion und Teklis sollten sich auch in der Neuen Welt, in den Reichen der Sterblichen, immer daran erinnern, welche Großtaten Atharion tatsächlich begangen hatte, was für ein Vorbild er für das Volk darstellte, und sie strebten zum Teil auch danach, genauso zu sein wie er und derartig selbstlos und tapfer zu handeln, wie er es immer tat. Die Sage von Atharion wurde stetig weitergereicht, und damit wurden die Funken seiner Seele nicht nur in den letzten Tagen am Leben erhalten, sondern sie wurden auch in die Reiche der Sterblichen mit hinübergenommen. Über ganz Hisch war eine spirituelle Energie verteilt, die einzelnen Seelenfunken von Atharion, die Nagash niemals in sein Totenreich holte. Warum weiß niemand so genau? Vielleicht hat der mächtige Nekromant sie nicht wahrgenommen, vielleicht waren sie zu sehr verstreut, als dass ihm bewusst war, dass es hier eine große mächtige Seele geben konnte, denn ansonsten hätte es für Nagash keinen Grund gegeben, auf die Seele eines derartigen Helden zu verzichten, hätte sie ihm doch wirklich große Macht verleihen können. Hätte sich aber nicht Teklis an ihn erinnert, dann wäre Atharion vermutlich einfach nie etwas anderes gewesen, als spirituelle Funken in einer neuen Welt. Denn als Teklis schließlich erwacht und als die großen Probleme der Lumineth fast vorbei sind, erinnert er sich an die Sagen über seinen alten Freund, denjenigen, zu dem er aufgeblickt hat, und kommt auf die Idee, die ihn nun leiten wird. Denn er geht davon aus, dass die Energie einer wahrlich mächtigen Seele schlicht und ergreifend nicht vernichtet werden kann, dass es eines der Weltengesetze ist, dass sie immer wieder geboren wird, dass sie immer neu gefunden werden können muss. Und wenn er sich umblickt, dann gibt die ganze Welt dieser Theorie recht. Denn wurde nicht auch er hier in die Reiche der Sterblichen gerufen, nachdem er starb? Tyrion kam zurück, Alariel kam zurück, Sigmar ist wieder hier, selbst Nagash, von dem er weiß, dass er zersprungen sein müsste, ist hier. Also warum nicht auch dieser große Held der Elf? Also tut Teklis das, was er eigentlich am besten kann und womit er nahezu alle Probleme löst, die für ihn auftreten. Er begibt sich auf eine große Sinnreise, steigt auf einen der höchsten Berge von Hisch, meditiert dort über Wochen lang und fastet, bis sein schmaler Körper zu kollabieren droht, bis er schließlich das findet, wonach er gesucht hat. Denn nach einem ganzen Monat dieses Fastens und Meditierens, dann, wo er fast schon dachte, das er aufgeben müsste, kann er das erste Energiestückchen wahrnehmen, den ersten kleinen Bruchteil von Altharion in dieser Welt. Und auf der Stelle verbindet er sein Bewusstsein mit jenem ersten Funken und streckt von da aus seine Magie in alle weiteren Himmelsrichtungen aus, in alle Äther und spirituellen Ebenen, in denen er diese Funken finden kann und zieht sie allesamt zusammen, bis er schließlich glaubt, die Seele des geliebten Freundes tatsächlich wiedergefunden zu haben. Und dann nimmt er sie mit sich, noch nicht ganz sicher, was er damit tun will und blickt schließlich auf die Nationen, die die große Nation Hish ausmachen und trifft auf seiner Reise einen Elf, der Altharion derartig ähnlich sieht, dass er nun weiß, was zu tun ist. Er wendet sich an die eine Nation, Iliathas, jene, die schöpfungsmagisch derartig begabt sind, dass sie Zwillingspaare schaffen können, um mehr Elf zu haben, um die Welt schneller zu bevölkern, und er beauftragt dort, dass sie einen magischen Doppelgänger jenes Elf schaffen sollen, der seinem alten Freund derartig ähnlich sieht, damit er von nun an einen Körper haben kann, der die große Seele halten soll. Aber damit noch nicht genug. Er wendet den Blick zur Nation Siardin, Artefaktschmieden, jenen, die die schönsten und mächtigsten Talismane von Hish herstellen können und deren Handwerkskunst selbst von den Duardinen neidvoll betrachtet wird, und trägt ihnen auf, dass sie Artefakte fertigen sollen, die aussehen wie die alten Erbstücke, die Atharion in der alten Welt immer bei sich trunk. Es ist ein perfektes Krallenschwert, ein Talisman voller Magie und dann eine verzierte Rüstung und einen Helm, die im Stile von Ivres gefertigt werden, eine alte Stadt, die Atharion damals mit allem verteidigte, was ihm zur Verfügung stand und wo er Ruhm und Anerkennung sammeln konnte. Und dann blickt Teglis auf seinen Plan und erkennt für sich selbst, dass er nun perfekt ist. Er hat alles, was er braucht und alles, was er jetzt noch tun muss, ist diese Seele in den Körper geben und dann kann er Atharion zurückhaben, dann ist sein alter Freund, sein alter Held wieder bei ihm und er setzt all seine Hoffnung in diesem Plan, nimmt die Funken der Seele, die er bei sich trägt und trägt sie in diesen Körper ein und muss dann feststellen, dass der Fluch eines großen Nekromanten über alle Zeit hinaus wirken kann. Der Körper, den er für Atharion hat bauen lassen, zerfällt vor seinen Augen zu Staub, bevor sein alter Freund auch nur ein Wort an ihn richten kann. Und Teglis blickt erschüttert auf den Staub, erschütternd auf die tanzenden Funken Licht, auf die Seele, die er nun nicht erblicken kann, die nicht erneut leben darf und der große Magier der Elf weint bittere Tränen um das, was er verloren hat und bittere Tränen darüber, dass er gerade schlicht und ergreifend nicht ertragen kann, dass etwas, in das er derartig viel Hoffnung gesetzt hat, vor seinen Augen erneut vergehen musste, dass der Tod am Ende doch triumphiert hat. Aber dann, mit einem Mal, erhebt sich die Rüstung, sie ist erfüllt vom Licht der Seelenfunken und der alte Freund grüßt ihn mit dem Krallenschwert, das Teglis für ihn hat errichten lassen. Und dieser hegt neue Hoffnung, die zwar zwar schmettert wird, aber nie ganz vergehen soll, denn alle neuerlichen Versuche gehen schief. Er lässt einen neuen Körper nach dem anderen schaffen, lässt ihn verbessern, hofft, dass er den Zauber Arkans brechen kann und muss aber erkennen, dass es schlicht und ergreifend nicht geht. Dieser magisch gewirkte Zauber, dieser grauenvolle Fluch, ist untrennbar mit Atharions Seele verbunden und alles, was er an Fleisch berührt, muss zu Staub zerfallen. Er kann keinen neuen, keinen eigenen Körper bekommen. Aber seine Seele ist wieder ganz und seine Liebe zu seinem Volk ist ungebrochen und stark und so kehrt das Licht Atharions, wie sie ihn von nun an nennen werden, zu seinem Volk zurück. Er nimmt schlicht und ergreifend die Artefaktrüstung auf, die die Nation Siar für ihn geschmiedet hat und dient ihnen von nun an in vielen, in nahezu zahllosen Schlachten erneut als Anführer. Er gibt ihnen telepathische Befehle, die in den Köpfen der Elf, die ihm treu folgen, wiederhallen und nun besteht er endgültig nur noch aus Magie und glänzendem Licht, ist erneut ein absolut tödlicher Gegner, der das Krallenschwert flink und schnell gegen alle Feinde von Hish und den Elf selbst führt und hat zu seiner alten Bestimmung tatsächlich vollständig zurückgefunden. Und vermutlich hätte er auch ohne alles Weitere einer der großen Helden der Elf und insbesondere der Lumineth in den Reichen der Sterblichen werden können, wenn er einfach nur so weitergemacht hätte, aber es kommt der Krieg der Seelen und es geht auch für die Elf gegen Nagash und dessen untote Truppen. Arkan der Schwarze ist es selbst, der nach Hyksia eindringt, das magischste der zehn Paradiese, die insgesamt Hish ausmachen. Und vor allem hat er es auf einen ganz bestimmten Ort dann abgesehen, auf die Tore des Paradoxen. Die eine Verbindung, die es zwischen Hish und Shaish gibt, sind riesige, gigantische, leuchtende Säulen, zwischen denen nichts weiter schwebt, als ein einziges gigantisches, großes Nichts, weil sich dort jene magischen Energien, die Hish und Shaish, Licht und Schatten, Helligkeit, Dunkelheit, Leben und Tod ausmachen, begegnen und gegenseitig auslöschen. Eine Armee von Sterblichen kann nicht nahe genug an diese Tore herankommen, um sie zu bewundern oder gar zu besetzen, denn sie würden einfach für immer vergehen oder so sehr verändert werden, dass nichts mehr von ihrer ursprünglichen Form übrig wäre, da dieses Paradox, das an diesem Ort herrscht, nicht anders ausgehalten werden kann. Sie wissen also alle, es ist ein Todeskommando für jeden, der bereit ist zu gehen, für jeden, der Arken aufhalten muss und sie wissen aber allesamt, sie müssen ihn aufhalten, da er dort ein verdorbenes Ritual für Nagash plant. Es ist Altharion, der schließlich im Rat erscheint, bereit zu gehen und vor allem bereit, jene zu führen, die ihm folgen wollen, wohl wissend, dass er seine geliebten Elf in den Tod bringen wird. Er will gehen aus zwei Gründen, zum einen, weil es um die Pflichterfüllung gegenüber seinem Volk geht. Er ist immer noch jemand, der dient, immer noch jemand, der möchte, dass sein Volk strahlen kann, dass es Siege einfährt und dass es vor allem sicher ist von den Bedrohungen von außen, aber natürlich will er auch Rache, jetzt wo er weiß, dass der Mann, der ihn einst in Staub verwandelt hat und dessen Fluch ihn bis heute verfolgt, dort zu finden ist und er ihn vielleicht schlagen kann, gibt es keine andere Chance, keine andere Möglichkeit, als dass er sich dorthin aufmacht. Es gibt Ergebene, die ihm folgen, wohl wissend, dass es in den Tod gehen wird, dass keiner von ihnen jemals zurückkehrt und so macht er sich mit ihnen in die Wüste dieses Paradieses auf. Viele werden das Ziel niemals erreichen, sie sterben bereits auf dem Weg dorthin, werden zu Kristallen, die ihre alte Form ein klein bisschen widerspiegeln, manche aber so verzerrt, dass man den Elf, der sie einst waren, nicht mehr wiedererkennen kann, manche vergehen aber auch einfach zu Staub und Sand und werden nie wieder gesehen. Aber die ganz Sturen, jene, die sich in ihrem Geist so sehr darauf fokussieren können, was das Ziel ist und natürlich Atharion, dessen leuchtende Rüstung Schritt um Schritt weiter vorwärts strebt, kommen schließlich am Ziel an und dort geht er ohne zu zögern in den Kampf gegen den Mordtarchen über. Dieser versucht sich noch zu wehren, muss aber feststellen, dass er das Licht selbst aus dem Atharion mittlerweile ist, nicht mehr berühren kann. Er kann ihm nicht schaden, seine Magie kann ihm nichts tun. Die Todesmagie muss gegen das reine Licht der Elfseele einfach immer verlieren, egal was der große Mordtarch auch versucht. Und so wird er schließlich von Atharion an den Rand von Hish getrieben, dorthin, wo er sich freiwillig hinbegeben hat, um für Nagash zu dienen und dann stößt die lebende Rüstung ihn dorthin, wo das absolute Nichts ist. Er stößt sein Nemesis in diesen Abgrund und damit aus den Reichen der Sterblichen, aus der Welt hinaus und nimmt endgültige Rache für das, was ihm angetan wurde. Und das in kurz, also die Geschichte von Atharion und dann natürlich die ganz eindeutige Frage, why is he cool? Und ich kann dazu schlicht und ergreifend nur sagen, wie kann er nicht cool sein? Denn die ganze Vorgeschichte dieser Figur von jemandem, der seinem Volk einfach immer als Wächter, als Beschützer, als Anführer, als oftmals ja auch weise Figur dient, bis in den Tod hinein, ohne zu zögern, der nicht nur ein, sondern zwei Todeskommandos in das Herz der jeweiligen Welt, die er schützen will, führt, völlig bereit zu sterben und vermutlich auch einfach von echtem Schmerz darüber erfüllt, dass er die Elf, die er so sehr liebt, dass er sein Leben und seine Seele bereit ist zu opfern, immer und immer wieder eigentlich nur in den Tod führen kann, ist einfach eine ganz wahnsinnig schöne Heldengeschichte, die zwar so natürlich in sämtlichen Warhammer-Welten, sei es jetzt Science-Fiction oder Fantasy, immer wieder vorkommt, aber für mich einfach in Atharion eine unglaubliche Perfektion erreicht hat, gerade auch, weil die Geschichte einfach einer Seele, die zwar in tausende von Einzelteilen zersprungen ist, aber einfach so groß und edel ist, dass sie nicht nur den Untergang der Welt überlebt, sondern einfach auch immer wieder von den Elf selbst angezogen wird, dass seine Funken, diese Seelensplitter in Hisch zu finden sind und von Tegles dort gefunden werden können, um erneut zusammengesetzt zu werden und dass diese Seele dann auch so sehr von der Liebe und Treue zum eigenen Volk erfüllt ist, dass selbst in dem Moment, in dem klar ist, dass kein Körper, der in dieser Welt geschaffen wird, sie jemals wird halten können, weil der Fluch auf ewig mit ihr verbunden ist und alles zu Staub zerfällt, was er berührt, dass diese Seele trotz allem stark genug ist, zu sagen, ich bin hier, ich möchte immer noch meinem Volk unbedingt dienen, ich möchte der Krieger sein, an den sie alle glauben, dass es einfach schafft, seine Seele so zu materialisieren, dass er die Rüstung, die man extra für ihn geschmiedet hat, mit den Dingen, die ihn an sein altes Leben erinnern, mit Leben erfüllen kann und weiter in die Schlacht zieht, also im Endeffekt dieses Dienen über den Tod hinaus, sich selbst erneut ins Leben zwingen, egal welche Form es ist, weil er weiß, dass er immer noch gebraucht wird, dass sein Volk ihn braucht, dass seine Freunde, also Tyrion und Theklus, ihn einfach brauchen und dass es für ihn noch nicht an der Zeit ist, zur Ruhe zu gebettet zu werden, ist einfach immer so eine Art von Helden-Epos, die ich, wenn sie schön und gut gemacht ist, wundervoll finde und gerade eben bei ihm hat es diese sehr, sehr elfischen Züge natürlich, aber auch einfach Charaktereigenschaften, die man in jedem anderen sterblichen Helden finden könnte, das heißt, es ist eben nicht dieses sehr, ja, spirituelle, was ja Theklus beispielsweise hat, der es immer ein bisschen schwierig macht, sich mit ihm zu identifizieren, sondern nach Atharion kann man sich einfach ausrichten, völlig egal, woran man im Endeffekt glaubt oder welchen Gott man anbetet, ob man jetzt sehr spirituell ist oder eher sich dem Kämpferischen hingezogen fühlt, weil er einfach alles in sich vereint und einfach dieser absolute, perfekte Held ist, der aber trotz allem von der Rache für sich selbst nicht lassen kann, der eben diesen, ja, schon Egoismus in den Tod mit hineingenommen hat und in dieses zweite Leben mit hinein, der nicht nur weiß, dass er der Einzige ist, der eben in die Wüste nach Heixia eindringen kann, weil er der Einzige sein wird, der überleben kann, sondern der dort auch einfach hingegangen wäre, wenn jemand anderes die Aufgabe hätte erfüllen können, weil es schlicht und ergreifend darum geht, Arken endlich für das bezahlen zu lassen, was er ihm angetan hat und irgendwo ja aber auch für das, was er seinem Volk angetan hat, denn schließlich hat er ja in der Welt die Wahrs geschafft, Nagash zu befreien und damit auch dazu beigetragen, dass die Elf untergehen mussten und die Seelen vernichtet worden sind und dass er diese Rache einfach nicht loslassen kann, einfach so diesen wirklich sehr, sehr starken Fokus da auch einfach noch hat, der ihn in der Welt hält, das macht es auch einfach noch irgendwie spannend und besonders, weil das für mich einfach immer bedeutet, dass in diesem strahlenden Licht von Aetharion trotz allem einfach so ein dunkler, großer, wuchernder Fleck ist, den er einfach nicht wegbekommt, weil der Hass auf so eine große Figur eben diesen Mordharchen kann selbst die reinste Seele nicht unbelastet lassen und das macht ihn auf eben auch hier eine ganz eigene Art und Weise sehr greif, sehr fassbar, weil er eben trotz seiner Optik einfach nicht die perfekte Lichtgestalt ist, sondern gewissen dunklen Trieben einfach nachgeht, denen er dann auch so weit folgen kann, dass er es ja tatsächlich schafft, Arken über den Rand der Welt zu stoßen und damit einen wahnsinnig wichtigen Sieg für die Lumineth einzufahren und das dritte im Endeffekt ist, das Modell ist halt einfach wunderschön, also Games Workshop aus meiner Sicht echt ganz großartige Arbeit geleistet, auch wenn es die Hölle zu bemalen ist und war, aber genau, das also zum Licht oder dem Leid von Aetharion, dem großen Helden, den die Truppen der Lumineth in die Schlacht führen und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, ich bin gespannt, was ihr von der Figur haltet oder welche Heldenfigur der Lumineth für euch irgendwie mehr hervorsticht oder anders hervorsticht oder ob ihr einfach nur nicht ertragt, dass er tatsächlich Arken jetzt mal für eine kleine Weile ausgelöscht hat. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch einen fabelhaften August, hoffe, ihr habt auch die Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren, zumindest wenn es irgendwie klein irgendwo hingehen kann zu diesen etwas unruhigen Zeiten und dann hören wir uns nächste Woche zu einem zweiten Why is it cool und ich wünsche euch einen fabelhaften Tag, ganz egal, wann ihr das auch immer hört.